Gegen Cellulite soll Cannabis helfen, Birkensaft und Natrium Sulfuricum, Globuli. Ganz ehrlich, ich glaub das nicht. Aber was hilft denn gegen Cellulite? In Cellulite-Cremes immerhin sollen zwei Wirkstoffe enthalten sein, die die Dellen in unserer Haut tatsächlich glätten. Bringt das wirklich was? Und welche Methoden helfen vielleicht auch noch gegen die sogenannte Orangenhaut? Was bringt's? Früher war Cellulite noch was ganz Normales. Von Künstlern wie Peter Paul Rubens wurde sie sogar gekonnt in Szene gesetzt. Aber in den 1920er bis 40er Jahren wurde sie auf einmal immer mehr von Zeitschriften als Problem dargestellt. Wie entsteht denn eigentlich Cellulite? Also diese Dellen, die 80 bis 90 Prozent aller Frauen im Laufe ihres Lebens bekommen? Darüber möchte ich zunächst mit Martina Kerscher reden, die an der Uni Hamburg forscht und mit Maxine Benneck, Apothekerin. Hallo, guten Tag. Wie entsteht denn überhaupt Cellulite? Die Entstehung von Cellulite ist bedingt durch mehrere Faktoren. Vereinfacht gesagt ist es so, dass sich Fettgewebe aus der Fettgewebsschicht durch die Lederhaut und Oberhaut nach oben drückt. Warum hört man denn jetzt meistens von Frauen, dass die tatsächlich Cellulite haben? Cellulite tritt bei Frauen überwiegend deshalb auf, weil sich bei Frauen die Bindegewebsepten, die im Fettgewebe liegen, rein vertikal ausrichten, während sie bei Männern scherengitterartig ausgerichtet sind. Deswegen entsteht dann eben so ein Berg- und Tal-Effekt. Es entstehen diese Dellen dort, wo die Septen nach innen ziehen und dann entsprechend die Auswölbungen des Fettgewebes dort, wo sich das Fettgewebe nach außen vordrückt. Haben denn einige Frauen mehr Cellulite als andere Frauen? So ganz pauschal kann man das nicht sagen, denn man hat ja lange Zeit auch geglaubt, dass Cellulite durchaus abhängig vom BMI wäre. Dass man also sagt, übergewichtige Frauen neigen stärker zur Cellulite. Jetzt weiß man, dass durchaus auch Frauen mit ganz normalem BMI stark unter Cellulite leiden können. Sehr gut. Jetzt wissen wir ja schon mal, wie Cellulite unter der Haut entsteht. Was können denn jetzt eigentlich Cellulite-Cremes bewirken? Denn die werden ja auf der Oberfläche der Haut aufgetragen. Welche Stoffe in Cellulite-Cremes gelten denn als besonders vielversprechend? Also zwei, die auch wissenschaftlich teilweise bewiesen sind, ist einmal Koffein und einmal ein Retinoid, das sogenannte Retinol. Das ist ein abkömmlicher von der Vitamin-A-Säure. Und wie wirken diese Stoffe? Also beim Koffein ist es so, dass es bei der Blutzirkulation hilft. Dadurch wird das Lymphsystem auch angeregt und es wird auch nachgesagt, dass es teilweise bei der Fettverbrennung ein bisschen hilft und das auch vorbeugen soll. Und genau, bei dem Retinoid, das Retinol, ist es so, dass es einen sichtbaren Effekt in der Hautdicke bringt. Und kann ich dann tatsächlich auch zu viel von der Creme auftragen? Schädigen in dem Sinne nicht genau. Man muss aufpassen, was man für ein Hauttyp ist. Bei dem Retinoid ist es wichtig, dass man die Haut erst daran gewöhnt, weil es ein recht starker Stoff ist und zunächst zu Hautreizungen führen kann. Man spricht von einer Konzentration von ungefähr 0,3 Prozent. Sollte man auch vorher mit dem Arztrücksprache halten, ob man ein Hauttyp dafür ist, ob man geeignet ist dafür. Was halten Sie denn persönlich von Cellulite-Cremes? Eine einfache Bodylotion wird es wahrscheinlich auch tun, weil die Inhaltsstoffe, die jetzt besprochen wurden, einmal das Koffein oder das Retinol, positiven Effekt haben können. Aber das Wort liegt bei können. Es ist dann nur eine äußere Erscheinung, die dann wirklich hilft. Deswegen eine gute Bodylotion, die dann wirklich den Körper mit Stoffen nährt, ist dann auch schon viel und kann auch schon viel bewirken. Würden Sie sagen, dass sich vielleicht durch Instagram-Filter oder tatsächlich auch KI-Bildbearbeitungsprogramme unsere Sicht auf Cellulite nochmal verändert? Teilweise ja, teilweise nein. Kommt natürlich darauf an, wie tief man bei Social Media drinsteckt oder wie sehr man da Interesse dran hat. Ich habe das Gefühl, dass momentan mehr Menschen zu ihrem Aussehen stehen und das auch mehr zeigen, was sehr gut ist und auch lernen, ihren Körper dann so zu lieben und diese Message dann auch rüberbringen wollen. Okay, dann lasst uns mal zusammenfassen. Cellulite-Cremes helfen nur bedingt und bei einigen Stoffen muss man aufpassen. Was hilft denn nun aber wirklich gegen Cellulite? Sport und Ernährung ist das A und das O. Gerade bei Cellulite, was auch mit Fettgewebe bzw. Fettpilsterchen leider zu tun hat, spielt das da eine ganz große Rolle. Das heißt, viel Bewegung, ausreichend und gesund ernähren ist ein ganz großes Thema. Was man zusätzlich noch machen könnte, man könnte Massagen in Anspruch nehmen, gerade um das Lymphsystem ein bisschen zu aktivieren und da überschüssiges Gewebe abzuarbeiten. Ansonsten würde ich sagen, gesunder Lebensstil, genügend Antioxidantien über die Nahrung zuführen, dann durchblutungsfördern, Lymphdrainage, regelmäßiger Sport, regelmäßige körperliche Aktivität und regelmäßiges Eingremen. Das Gesamtpaket beugt vor, hilft aber auch, das Erscheinungsbild einer vorhandenen Cellulite zu vermindern. Was gegen Cellulite hilft, ist die eine Sache. Viel wichtiger ist jedoch die Frage, müssen wir überhaupt was gegen Cellulite tun, nur weil irgendwelche Zeitschriften im letzten Jahrhundert geschrieben haben, dass sie ein Problem ist? Oder geht es eigentlich mehr darum, dass wir unsere scheinbaren Makel mehr akzeptieren und lieben, so wie es viele Frauen auf Social Media tatsächlich schon tun? Aber was sagt ihr denn dazu? Sollten wir weiter gegen Cellulite ankämpfen oder geht es eigentlich mehr darum, dass wir sie als ein Teil von uns akzeptieren? Und wenn ja, ist das überhaupt so einfach? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare.